hallo willkommen zurück zu hallo night wir waren gerade dabei waren wir eigentlich gerade dabei anscheinend aus versehen einen wurm zu retten na guck mal wo wir gerade wo ich gerade davon gesprochen hatte akku wenn ich doppelklicke dann geht die große map auf okay witzig noch ein bisschen weiter runter genau hierhin wollen wir irgendwo hier muss es irgendwo lang gehen wo wir noch nicht lang gehen können oder die alternativ die alternative ist ich war schon mal da irgendwann zuletzt und hat vergessen dass es dann nicht weitergeht das geht und das ist natürlich auch eine möglichkeit glaube tatsächlich das ist sogar der fall aber wir gehen trotzdem mal hin ja ich glaube das kann gut sein ja ich glaube sogar sehr dass ich hier letztens schon mal war na genau hier war dieser stein haben wir da oben dran moment könnte hier waren wir auch schon ja okay hier waren wir schon sehr schade gut hier brauchen wir schon mal nicht mehr zu gucken lass uns mal gut dann lass uns folgendes tun lass uns dieses quallen gebiet weiter erkunden mich da nicht durch ernsthaft das müsste jetzt auch hier gleich erst mal nein hier wollen wir runter aber aber diese scheiß teile treffen mich gut gut hier rein versuche mal weiter nach rechts zu kommen aber 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 wir müssen echt aufpassen was kommt auf jeden fall da oben ist was was bist du hollones ziel gut also mehr geld wir haben hier keinen keine map okay das habe ich das sehe ich auch zum ersten mal gerade das ding okay hier kommen wir auch nicht durch wir haben uns einfach durchgecheatet gehen wir mal hier rein ist hier vielleicht irgendjemand der uns umbringen möchte auf agran wo und wo-woa 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 aha sagt man genau was was wollte von mir es ist ja mit dem ich glaube auch hier ist eins dieser einer dieser momente wo du eigentlich noch nicht sein dürftest weil was bist du denn ich kann jetzt nach oben an dings also neues ding ist das heißt das ergibt ganz neue möglichkeiten ich weiß noch nicht genau welche aber es gibt sie es wird sie geben aber ich hätte jetzt gerne eine karte von diesem gebiet leider nein okay das bringt nichts hier kommen wir nicht lang ich da so durch nein keine chance okay schade okay was können wir jetzt tun wo wir diese fähigkeit haben ach so ne da kommen ich habe gedacht da kann man drunter her und zack aua wo bin ich reingefallen da okay also hier wollen wir nicht mehr lang oh fuck das war nicht so schlau ja das mit dem die großen quallen darf ich nicht angreifen okay aber viel mehr ist hier nicht glaube ich hier wo ich rein okay 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 komm ich hier lang nein gut eigentlich nichts oder eigentlich nichts oder okay wir haben 3000 drauf 1300 lassen wir das gehen wir lieber aber wir können ja jetzt nach oben angreifen ich überlege noch immer was uns das bringt und wo uns das jetzt was machen könnte ob sie nicht hier wo uns das helfen könnte hier weil sie spricht ja davon dass oben alles cool ist ja das meistens wir keine und coira zu haben corner zwischen zwei lands Sестно keinen Punkt ich muss ich fühle mich stem Nicht zufriedenstellend. So. Ah. Also erstmal hier. Hier könnte ich noch hin. Okay, pass auf. Dann machen wir das. Das machen wir. Also der Plan ist, wir gehen jetzt ins Basin. Hidden Station. Ja. Gehen dann von dieser Hidden Station zu der, zu der Tram. Habe ich hier keinen? Ach so, das war dahinter. So. Warte. Ah ja genau, der hat nichts gemacht. Das war's. Ich war gerade so, oh mein Gott. Ich hatte das gar nicht gesehen. Dude. So. So. Übrigens, wir haben auch wieder 2000. Wow. Das war gut, dass wir da reingefallen sind. Genau da wollen wir, wollen wir da rein? Ich glaube, da wollen wir rein. Ja. So. Ja, alles weg. Oh. Das hat uns, ich habe nur 500 abgezogen. Oh. Ein Wessel. Und wieder ein weiteres. Ah, ein weiteres davon. Gut. So. Oh, das war knapp. Wohin wollen wir nochmal? Ah genau, wir wollten mit der Trap fahren. Tram. Tram, nicht Trap. Das wollen wir benutzen. So, weil wir fahren jetzt nämlich zurück und versuchen dann nach oben zu kommen. Ich glaube, das sollte nämlich funktionieren. Verzeihen. Glaube ich. Ich habe leider überhaupt keinen Plan mehr, wie das hier aussah. Ich weiß nicht, dass das ein absolutes Labyrinth-Clusterfuck war. Genau, wir wollen hier nämlich ganz nach... Was macht denn das da nach unten? Oh, toll. Ich hasse. Dieses... Dieses... Diese Area ist der reinste Cancer. Hier waren wir auch noch nicht. Kann das sein? Oh Gott. Okay. Okay. da okay aber was hat das zu bedeuten dass hier ein totes ding liegt bedeutet dass das hier etwas liegt dass sie etwas irgendwo irgendwo ist was diese fischer töten kann was soll mir das sagen wieso sind davon ist schon zwei aufgetaucht in der letzten zwei folgen interesting wie ich doch finde krass so viele fragen oh mein gott ist das laut hier dankeschön wir wollen entweder nach ganz links oder nach ganz oben das ist man noch ganz oben gehen diese fungal wastes laut der map ist hier kein fungal wastes apropos map das sind zwei gänge die ich nicht gesehen habe aber da komme ich jetzt ähnlich lang gut hier laden wir mal schön unser soul auf denke es ein schöner punkt um aufzuhören danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal tschüss